Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Rezension. Heute geht es um eine Wehrwolf-Romanze, die ich euch vorstellen möchte. Ich sag erstmal nichts, wir reden erstmal über das Buch. Das Buch heißt Feral Sins oder Feral, ich weiß nicht genau wie man es ausspricht, von Suzanne Wright. Es ist The Phoenix Pack Series, es ist auf Englisch, gibt es auch nicht auf Deutsch. Und darin geht es, also es ist halt so eine Reihe von Büchern, wo es dann um die einzelnen Mitglieder aus diesem Pack gibt, also aus diesem Wolfsrudel und geht, nicht gibt. Und in diesem Buch geht es um Taryn, die als, wie haben die das genannt? Schade, steht leider nicht da. Aber die kann quasi, die kann sich nicht verwandeln. Also ihr Wolf ist unterdrückt, der kann nicht raus, der ist aber in ihr drin. Und die meisten Wolfsschifter, also ich finde es immer so schwer, euch ein Buch zu erklären, das ich auf Englisch gelesen habe, weil die ganzen Begriffe dann so in meinem Kopf sind. Also die Wehrwölfe quasi, die verachten solche Wölfe, die sich nicht verwandeln können, weil die natürlich als besonders schwach gelten, was aber gar nicht der Fall sein muss. Taryn zum Beispiel ist sehr stark, obwohl sie ihren Wolf nicht rauslassen kann. Und ihr Vater schämt sich aber trotzdem sehr dafür, dass sie eben so einer dieser Wölfe ist. Und deswegen versucht er sie jetzt möglichst gewinnbringend zu verheiraten. An einen Wolf, der halt einen sehr schlechten Ruf hat, was seinen Umgang mit Frauen angeht und so weiter. Und der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Taryn zu brechen, die eigentlich gar nicht sein Spezialgebiet quasi ist, die eigentlich viel zu vorlaut ist und generell viel zu laut und viel zu sehr ihre eigene Meinung hat, weil sie eben selbst ein Alpha-Wolf ist. Und um daraus herauszukommen aus dieser Vielleicht-Heirat, fließt Taryn einen Vertrag ab mit einem anderen Alpha-Wolf, nämlich Trey, der Alpha-Wolf des Phoenix-Packs, also des Phoenix-Rudels. Und der braucht diese Verbindung nämlich, um Allianzen mit ihrem Vater schließen zu können, der dafür bekannt ist, sehr, sehr viele Allianzen zu haben, weil Trey selber kurz davor steht, in einen Krieg mit seinem ehemaligen Rudel zu geraten. Es war nämlich so, dass Trey mit 14 seinen Vater besiegt hat im Kampf, der aber nicht tot war und Trey wurde danach als, also der galt als verschrien so ein bisschen, der galt als unkontrollierbar und so weiter und wurde dann aus dem Rudel verbannt. Es haben sich aber einige seiner Freunde ihm angeschlossen und sein Vater ist halt weiterhin der Leitwolf des anderen Rudels geblieben und er hat sein eigenes auf die Beine gestellt, eben diese Phoenix-Rudel. Und sein Vater ist jetzt tot und sein Onkel versucht, beziehungsweise ist jetzt der Alpha-Wolf des Rudels und versucht jetzt, die alten Wölfe wieder zurück zu seinem Rudel zu kriegen. Vor allen Dingen aber, weil Trey sehr, sehr viel Gebiet für sich beanspruchen konnte, weil er und seine besten Freunde und die Leute im Rudel halt einfach sehr gut gekämpft haben darum. Und er weiß auch, dass sein Onkel nicht wirklich von dem Rudel akzeptiert wird, weil er eigentlich schon immer nur ein sehr schwacher Alpha-Wolf war. Und jetzt will er eben eine Allianz mit Tarens Vater schließen, weil der so viele andere Verbündete hat, die ihm dann im Kampf zur Seite stehen würden. Taryn lässt sich auf das ganze Spiel ein und jetzt müssen die beiden, die beide ihre Seelenverwandten, ihre wahren Mates schon im Kindesalter verloren haben, vor allen anderen zu tun, als wären sie über alles verliebt und als wäre das ihr wahrer Herzensmensch und so weiter. Und das fällt beiden natürlich schwer. Vor allem, da ihre Wölfe sich halt was ganz anderes vorstellen. Wie hat mir das Buch gefallen? Reden wir mal nicht über dieses wirklich absolut gruselige Cover. Ich weiß nicht, ob das Buch einfach nur schon sehr alt ist oder was da passiert ist. Ich gucke mal gerade. Ja, okay, es ist von 2013. Da waren solche Cover noch modern. Und gruselig, sagen wir nichts weiter zu. Das Buch hat mir überraschend gut gefallen. Ich bin auch direkt in Band 2 eingestiegen. Ich mag diese Reihen, so wie auch die Midnight Breed-Reihe von Lara Adrian, wo dann in jedem Buch eben ein weiterer Charakter aus dieser großen Familie oder eben aus diesem Wolfsrudel behandelt wird, weil ich das irgendwie immer schön finde, wenn alle jemanden haben. Ich weiß auch nicht. Und man lernt die dann natürlich auch sehr gut kennen, weil die immer wieder auftreten. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich bin ja eigentlich werwolfmäßig gar nicht so unterwegs, aber irgendwie in letzter Zeit finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ich habe bisher sehr viele Wehrwesen gelesen, die halt keine Wölfe waren, sondern andere Tiere. Und hier geht es dann eben wirklich um die normale Art Werwolf, wie man sie so kennt. Außer, dass sie sich natürlich nicht nur bei Vollmond verwandeln und blablabla. Das Buch hat mir wirklich gut gefallen. Taryn ist ein super sarkastischer Charakter, die ich sehr, sehr positiv fand, die einfach super viel Humor in die ganze Sache bringt. Und naja, ich habe jetzt nicht laut gelacht, aber es war auf jeden Fall zum Schmunzeln und ich fand ihr ganzes Auftreten auch sehr authentisch. Also ich habe es abgekauft. Einige dieser Dinge, die da passiert sind, waren sehr vorhersehbar oder wo ich mir denke, ja, das muss man jetzt nicht das halbe Buch über durchziehen, weil eigentlich wissen wir alle, was passieren wird. Aber das war okay. Das hat sich auch nicht zu lang hingezogen. Also es war genau so die Schmerzgrenze zwischen jetzt sollte es langsam mal passieren und oh mein Gott, ich muss hier aufhören. Wo es dann tatsächlich passiert ist, das war dann auch gut. Ich habe mir die Rezension natürlich vorher angeguckt. Da war eine, da musste ich immer wieder daran denken beim Lesen, da stand, da war sehr viel Sex. Und ja, das stimmt. Die haben halt sehr viel Sex. Aber auch hier muss ich sagen, dass das auch hier sehr an der Grenze war. Also ich fand es nicht zu viel. Ich finde in solchen Romance-Genre-Dingern, da ist es manchmal wirklich zu viel. Aber hier war das nicht. Irgendwie für mich war das hier so sehr, das war okay, so wie es war. Es wurde auch jetzt nicht jedes Mal, wo die miteinander geschlafen haben, dann alles ausgeschrieben und sowas, so wie Jennifer L. Armantrout das neuerdings gerne macht, sondern das wurde dann einfach nur angedeutet oder sowas. Also es war wirklich im Rahmen meiner Meinung nach. Aber man muss auf jeden Fall wissen, worauf man sich einlässt. Ansonsten, Trey war auch ein sehr interessanter Charakter. Es ist jetzt nicht so, dass die alle irgendwie, dass es was bahnbrechend Neues wäre oder sowas. Wir haben halt den Happy Sunshine, der aber in sich eigentlich was Düsteres verbirgt und den Grumpy, whatever, der halt grumpy ist und keine Gefühle hat und solche Sachen. Es ist halt nichts Neues, aber ich fand es schön, das zu lesen. Es hat mir Spaß gemacht. Und es ist halt auch so ein, die kommt in so eine Familie rein, die muss ich da jetzt beweisen, aber irgendwie auch muss sie die Anerkennung gewinnen. Und irgendwie das alles gefällt mir sehr gut. Ich finde dieses ganze Found Family Trope sehr cool. Ja, und auch sonst war das einfach ein sehr angenehmes Leseerlebnis. Nichts, was mir irgendwie sehr negativ aufgestoßen wäre oder sowas, gar nicht. Also alles in allem einfach super angenehm zu lesen. Kann ich nur empfehlen von meiner Seite. Also wer ein bisschen mal Lust auf so ein paar Shifter-Geschichten hat oder Werwolf-Sachen oder sowas, der ist hier auf jeden Fall gut mitberaten, der jetzt nicht was bahnbrechend Neues erwartet, sondern einfach sagt, ja, ich lese das gerne, und das entspannt mich, dann habt ihr hier auf jeden Fall was zum Lesen. Ich bin schon mitten in Band 2 und Nordic Clans habe ich auch nur noch eine Stunde Hörzeit. Also das werde ich euch auch bald vorstellen. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen wunderschönen Tag. Wirki noch im Jahrwtuin. Ich wünsche euch ein wenig wenig an, Jahrhaut und sowas nachdena. ich bin 's ihr , mash